Wir wollen immer wieder mit den CEOs von unserem Portfolio-Unternehmen 10xDNA sprechen. Ich bin hier mit dem Paul aus unserem Research-Team und Gunther von Meierburger hat heute Zeit für uns. Hallo Frank, grüß dich. Meierburger ist ein Schweizer Traditionsunternehmen. Wir feiern in diesem Jahr 70 Jahre Geburtstag. Ab dem Jahr 2000 ist Meierburger dann massiv in die Photovoltaik eingestiegen. Er ist de facto als der größte Technologien-Equipment-Lieferer, der die gesamte Industrie ausgestattet hat. Wir haben vor drei Jahren eine mutige Entscheidung getroffen. Wir haben entschieden, dass wir zukünftig weiter ein Equipment-Hersteller bleiben, aber uns nach vorne integrieren. Das heißt, wir verwenden die Maschinen in einem geschlossenen Geschäftsmodell. Wir sind die Profiteure unserer eigenen Entwicklung und produzieren Hochleistung, Solarzellen und Somarmodule in Deutschland und in den USA. Was passiert von dem Rohmaterial bis wirklich das finale Solarmodul fertiggestellt ist? Die Produktion von Solarmodulen beginnt mit Silizium, sogenanntem Polysilizium. Der Rohstoff, aus dem das Polysilizium hergestellt wird, ist metallurgisches Silizium und das wird aus Quarz hergestellt. Quarz ist das häufigste Mineral dieser Erde und daraus wird das Silizium gewonnen. Also das ist rohstoffseitig kein Problem, das kann man auf der ganzen Welt finden und auch herstellen. Diese Polysiliziumkristalle werden genommen, werden nochmal eingeschmolzen. Daraus wird ein sogenannter Einkristall gezogen. Das sind Kristalle, die sind bis zu fünf Meter lang. Die werden in Abschnitte geschnitten und diese Abschnitte werden quadriert. Man macht also dann aus dem Rundkristall ein Eckchen und der wird mit einer Drahtsäge, das ist auch eins von Mayer Bobe entwickelt worden, in hauchdünne Scheiben geschnitten. Die sind heutzutage ungefähr 150 Mikrometer dick, mindestens in unserem Fall. Und daraus stellt man dann die Solarzellen her und die Solarzellen nimmt man und verschaltet sie in ein Solarmodul. Und dann hat man nach ungefähr 70 Prozessschritten, wenn man alle Einzelteile nimmt, ein Solarmodul zusammengebaut. Genau. Und wo in diesem ganzen Wertschöpfungsprozess ist Mayer Booger da jetzt tätig? Wir nehmen fertige Wefer, obwohl das eigentlich mal eine Domäne war von Mayer Booger, aber dieses Wefering-Geschäft, das haben wir 2019 verkauft. Und dann geht's los. Die Zelltechnologie ist eine proprietäre Entwicklung von Mayer Booger, das machen wir in der Schweiz und in Deutschland. Die Maschinen bauen wir in Deutschland und produzieren die Solarzellen als einziger Massenhersteller von Solarzellen außerhalb Asien. Es gibt auch in den USA niemand. Das macht uns einzigartig und das Produkt, was wir produzieren, auch ein wirkliches Made in Europe oder Made in Germany Produkt. Es ist nicht bloß Assembly von asiatischen Komponenten in Deutschland, sondern es ist ein wirklich deutsches Produkt. Und die Solarzellen, die verbringen wir dann ins ungefähr 120 Kilometer entfernte Freiberg aus dem Solar Valley, wo wir die Zellen produzieren. Und dort werden die Solarmodule produziert. Und die gehen dann zu Endkunden auf die Dächer oder zu Großkunden auf die Freiflächen. Und seid ihr jetzt im Markt? Habt ihr quasi, könnte man sagen, für große Flächen, also für Solarparks oder für Häuser wirklich das beste Produkt? Oder gibt es andere, die durch andere Mechaniken dann zu einer ähnlichen Produkteigenschaft kommen? Es gibt in dem Premium-Segment, in dem Hochertragssegment, wo sie die meisten als Kunde Kilowattstunden pro Leistung bzw. pro Fläche ernten, nicht allzu viel Wettbewerb. Also wir können ganz klar sagen, im Hausdachsegment, wo es in der Regel darum geht, dass natürlich Hausdächer begrenzte Flächen nur haben, können wir überzeugen, weil wir die wenigsten Module installieren müssen, um eine hohe Energieertragsleistung zu bekommen. Es gibt schon ein paar weitere Anbieter, aber der Markt ist ja so riesengroß, dass die Premium-Anbieter ein sehr, sehr kleines Segment abdecken, obwohl das auch in seiner absoluten Größe durchaus bemerkenswert sein kann. Also es gibt schon einen Wettbewerb, der ist auch wichtig und gut, aber ich glaube, in dem Paket, in dem wir anbieten, sind wir einzigartig. Das war für uns ein wichtiger Punkt, dass wir einfach gesehen haben, ihr habt mehr Ertrag, ganz wichtig. Und ihr haltet auch länger, weil wenn ich heutzutage ja mir das Modul installiere, dann ist es natürlich auch ein hoher Kosten- und auch Nervfaktor, wenn ich dann irgendwann sage, okay, ich muss die da vom Dach runternehmen, muss die nächste Seite aufzählen. Das heißt, dieses Mehrertrag, vor allen Dingen, soweit wir es nachvollziehen konnten, auch in Echtzeitbedingungen, also nicht immer nur in Labor, sondern was kommt da eigentlich im wirklichen Leben bei rum, hat uns positiv überrascht. Und halt diese Langlebigkeit waren ganz, ganz wichtige Eigenschaften. Ja, zur Technologie wäre vielleicht noch eine Frage und zwar Hatero-Junction-Technologie war das, was uns wirklich überzeugt hat und wo wir halt sagten, okay, gerade mit der Geschichte und dass Mayer-Burger selber die Maschinen hergestellt hat und natürlich auch sehr erfolgreich in China vertrieben hat in der Vergangenheit. Es ist natürlich klar, dass da eine gewisse Technologieführerschaft herrscht, allerdings schlafen die chinesischen Konkurrenten auch nicht und es gibt natürlich auch hohe Investitionen von diesen Konkurrenten auch in dem Hatero-Junction-Bereich. Was ist da Ihre Meinung zu oder was ist der Hauptunterschied auch derzeit noch oder auch in den nächsten Jahren von Mayer-Burger und den chinesischen Firmen? Was wir derzeit beobachten, ist, dass von den großen Tier-One-Chinesen, also vor allem die Unternehmen, die in der sogenannten Solar Module Super League tätig sind, also Longxi und JA, Jiggo, Canadian Solar und so weiter, dass die nicht darauf setzen. Es gab natürlich und gibt ein Interesse an der Edero-Junction-Technologie, aber es gibt bei der technologischen Kombination der Zelle mit der Modultechnologie ein paar Hürden, die in China bislang niemand erfolgreich lösen konnte. Und vielleicht ist das noch interessant für die Zuschauer, dass wir auch zwar in der Vergangenheit viele Maschinen nach China geliefert haben, aber eben noch nie diese. Das heißt, man kann das nicht einfach kopieren, sondern man müsste es nachentwickeln und wenn man es erfolgreich nachentwickeln würde, läuft man immer noch in das Risiko, dass Mayer-Burger mit Größenordnung 50 Patentfamilien, in denen hunderte Patente sind, das Ganze abgesichert hat. Und wir behaupten definitiv nicht, dass chinesische Unternehmen nicht fähig sind, auch eine Innovation zu bringen. Aber wir legen uns ja auch nicht irgendwie wieder an den Strand, sondern wir investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung unter große Beträge. Und durch dieses geschlossene Entwicklungssystem bei uns, dass wir eben nicht nur eine Zelleffizienz bearbeiten, sondern immer auch die Produktionstechnik dazu. Das ist eigentlich unsere Kernkompetenz. Glauben wir, dass wenn wir das kontinuierlich weiter tun, dass wir da vorankommen? Und es gibt eine zweite Technologie, die kommt in Größenordnung 25. Das ist dann eine verbesserte HJT-Technologie. Also wir geben auch weiter Gas. Da sind wir zu 100 Prozent von überzeugt. Wenn ich nachher eine Produktion skalieren will und ein gutes Produkt haben will, dann muss heutzutage das zusammen gedacht werden. Und wenn man das trennt, funktioniert das natürlich auch. So hat ja über Dekaden die Industrie funktioniert. Aber die wirklich exzellenten Produkte mit einer wirklich herausragenden Marge und einem guten Alleinstellungsmerkmal im Markt, die benötigen genau das. Das ist die Produktion und das Endprodukt. Und dann oftmals ist das der bessere Weg. Wo steht ihr da? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Schritte? Wir haben 2020 ja den ersten Schritt genommen über eine Kapitalerhöhung von 165 Millionen Franken. Die haben wir genommen und haben investiert in 400 MB Kapazität. Diese Kapazität ist mittlerweile gewachsen auf 1,4 Gigawatt installiert. Die läuft noch nicht voll. Die wird gerade hoch gerammt bzw. befindet sich im Ramp-up. Stand heute produzieren wir pro Tag Größenordnung 700.000 Solarzellen. Also schon sehr eindrücklich mit durchschnittlichen Zelleneffizienzen von 24,5 Prozent. Beste Zellen über 25 Prozent. Das ist wirklich ein großartiges Resultat und noch nicht mal das Ende der Fahnenstange. Und im Modulbereich heißt das dann, aus den 700.000 Solarzellen produzieren wir täglich Größenordnung 200 Paletten Solarmodule. Das sind also ungefähr 6.000 Module. Auf einem Hausdach sind schon im Durchschnitt so irgendwas zwischen 15 und 20 Solarmodule, kann man sich ausrechnen. Das sind also 300 Einfamilienhäuser jeden Tag. Hier einfach diese europäische Industrie zu stärken, es macht einfach total Sinn, das lokal zu produzieren. Mit der Produktion in Deutschland kommen natürlich aber auch einige Herausforderungen einher, wie zum Beispiel relativ hohe Energiekosten oder auch natürlich Personalkosten, die im Vergleich zu China deutlich höher sind. Was ist da der Vorteil von Mayaburger? Beziehungsweise was muss vielleicht auch passieren, damit es ein preiseffektives Produkt made in Germany gibt? Das ist glücklicherweise in unserem Fall mit den Wertschöpfungsstufen, in denen wir unterwegs sind, gar nicht das Problem. Also unsere Energiekosten sind im unteren einstelligen Prozentbereich in der P&L. Das macht gar nicht so den großen Unterschied. Was die Arbeitskraft angeht, also dass China allumfassend billiger ist, das stimmt einfach nicht mehr. Die Ingenieure, die wir in China angestellt haben bei Mayaburger, die sind genauso teuer wie Ingenieure in der Schweiz. Das heißt also doppelt so teuer wie ein Ingenieur in Deutschland und das bei ordentlichen Gehältern. Also wir sind da auch ein faires Unternehmen, was Kompensation angeht. Der direkte Arbeitskostenanteil in unseren Produkten beträgt schon heute, wo wir ja immer noch klein sind im Vergleich zu den großen Chinesen, weit unter 10 Prozent. Also auch ein einstelliger Bereich und das kann man noch mehr nach unten skalieren. Also das Hauptthema der Photovoltaik ist tatsächlich Technologie, möglichst viel Leistung und praktisch Kilowattstunden aus dem Produkt rausholen und gleichzeitig natürlich die Verbräuche reduzieren, die Ausbeuten hochtreiben und natürlich auch über Skalierung insgesamt Preise nach unten kriegen. Was hält euch davon ab, noch schneller zu wachsen? Also was unsere eigene Ambition angeht, würde ich sagen, hält uns gar nichts davon ab. Das Ganze muss man natürlich auch nochmal einordnen im Zusammenhang mit den Finanzierungen dahinter. Also wir haben jetzt in den letzten beiden Offtakes, die wir abgeschlossen haben, erreichen können, dass die Kunden de facto mit einer Anzahlung auf das Gesamtpaket über fünf Jahre, und die ist nicht mal groß, gemessen an dem Gesamtvolumen, de facto 100 Prozent der CapEx-Investition zahlen. Und wenn uns das weiterhin gelingt, kann man darüber einen Financing-Stack aufbauen, mit dem man auch faktisch außerhalb des eigenen Operativ-Cashflows wachsen kann. Und das ist so eine Maschine, die müssen wir jetzt zum Laufen kriegen und sicher ist auch eine dritte wichtige Komponente die Industriepolitik. Das heißt also, wenn Europa ja auch den Mut hat, ein bisschen Dünger auf die Industrie zu späuen, mal für eine Periode von fünf Jahren, dann kann das wirklich großartig werden. Für uns als Investor ist es natürlich auch super interessant zu wissen, was jetzt die nächsten Milestones für Mayaburger sind. Also ich glaube, dass in Meilenstein werden wird, und ich erwarte den ehrlich gesagt im zweiten Quartal, dass wir Klarheit haben, eben genau über die europäische Industriepolitik. Das ist mindestens unsere Erwartung und ich hoffe auch, dass wir da nicht enttäuscht werden, denn das hat im Zweifel dann eben auch Konsequenzen auf bestimmte Entscheidungen. Ansonsten bin ich auch überzeugt, dass es uns gelingen wird, technologisch hier und da und dort ein paar schöne Dinge in den Markt zu bringen und entsprechend anzukündigen. Und dann werden wir uns sicher weiter sehr bemühen, dass wir in einer Wachstumsstory bleiben können. Denn über die Marktgrößen haben wir gesprochen. Selbst wenn wir über 3,4 Gigawatt im nächsten Jahr reden, dann entspricht das ungefähr einem Prozent Marktanteil weltweit. Also wir arbeiten Tag und Nacht, bauen Maschid, wie verrückt, produzieren Millionen an Solarzellen pro Tag. Und trotzdem ist es nur trocken auf den heißen Stein. Ich glaube, wenn es nach unseren Vorstellungen geht, kann man das Ganze auch strategisch gut verknüpfen mit eben Offtake Agreements für die Energiewirtschaft. Und im Rahmen dieser Offtake Agreements kann Mayaburger hoffentlich weiter wachsen, skalieren, Kosten reduzieren und eben gleichzeitig technologisch an der Weltspitze bleiben. Gunther, vielen, vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. uns Mayaburger nochmal näher zu legen. Wir sind ja sehr überzeugter, sehr zufriedener Investor bei euch mit Cenex DNA und vor allen Dingen auch sehr, sehr gut, was ihr in Europa bewegt. Und ich hoffe, dass jetzt auch die Politik euch nochmal ein bisschen Rückenwind gibt. Nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank für euch für das Vertrauen und für die Gelegenheit heute hier in dem Podcast.